meine sehr verehrten damen und herren liebe studierende herzlich willkommen zur vorlesung im sommersemester sprache und raum ich freue mich dass ich ihnen das thema heute ganz kurz präsentieren darf würde aber jetzt schon umschalten auf den titels leiten ich möchte an einer tradition aus dem sommersemester festhalten nämlich dass ich aus gründen der digitalen und technischen barrierefreiheit die videos sofort unter titeln dass das auch studierende mit hörbeeinträchtigung sehr gut nachvollziehen können was ich hier sage ignorieren sie bitte orthografische fehler denn so gut wie auch die live erkennung für sprache ist es wird nicht gelingen dass sie jede abgeschliffene nebensilbe korrekt erkennt auch wenn ich mich sehr bemühe deutlich zu sprechen allerdings rede ich in der üblichen weise zu schnell und das sorgt manchmal für fehler bei der texterkennung neu in diesem semester ist dass ich alle unterlagen zur vorlesung nicht nur in sie sie bei zur verfügung stelle sondern und damit als pdf sondern ich würde sehr gern die unterlagen zur vorlesung als powerpoint direkt anbieten so dass sie diese schon benutzen können um sie eigenen notizen anzufertigen und und daneben stelle ich die vorlesung gleichzeitig noch zur verfügung als ein für eine schnell ansicht als pdf das auch wiederum aber aus gründen der barrierefreiheit was werden wir heute tun heute würde ich ihnen ganz gern das thema sprache und raum so wie es sich in der linguistischen forschung darstellt in unterschiedlichen facetten vorstellen und hoffe dass ich damit ihr interesse wecken kann für diese vorlesung und neben diesen das kurzen thematischen einführung würde ich ganz gern einige organisatorische details mit ihnen besprechen nämlich zunächst das schon erwähnte dass ich aus gründen der technischen barrierefreiheit barrierefreie dokumente zur verfügung stelle das heißt in der powerpoint präsentation die ich verlinkt habe sind alle bilder beschrieben mit alternativtext und ich verwende ausschließlich sprechende links in dem dokument mit zwei ausnahmen dem twitter händel und der angabe der website im fuß dieser präsentation und daneben gibt es eine schnell ansicht als pdf und beide dokumente verlinke ich in der beschreibung zu diesem video und gebe sie ihnen natürlich auch in der matrix gruppe zur vorlesung bekannt die sprechstunde von mir findet in diesem semester am donnerstag zwischen 13 und 14 uhr via werbeistadt zunächst erst einmal bis pfingsten digital und wie sie wissen überlegen wir ob wir nach pfingsten in die oder prüfen wir auch wir nach pfingsten in die hybride lehre oder in die präsenz lehre zurückkehren können das hängt aber sehr stark vom aktuellen infektions geschehen ab im moment sowie die zahlen aussehen würde ich mir an ihrer stelle nicht so große hoffnung machen dass wir nach pfingsten hybrid oder präsenz unterrichten wer unterrichten werden können nichtsdestotrotz haben wir diese schranke gesetzt so dass dann möglicherweise auch eine sprechstunde wieder in präsenz möglich sein wird der matrix raum zur vorlesung ist unsere zentrale kommunikationsplattform in diesem semester hier teile ich alle inhalte alle nachrichten alle news darf sie auch einladen die zentralen informationskanäle der fakultät zu benutzen so dass sie hier immer auf dem aktuellen stand sind das gesamte material zur vorlesung finden sie als open educational resource auf unserer website alle diese links sind auch angegeben in dem erpad dass ich zur vorlesung in der matrix gruppe verlinkt habe ich stelle alle videos bei youtube zur verfügung und gleichzeitig die audiospuren der vorstellungen überall da wo es podcast gibt so dass sie die vorlesungen thematischen vorlesungen dann auch nach und nach als podcast konsumieren können für die vorlesung gibt es ein offenes feedback dass sie jederzeit geben können und ich habe ihnen sowohl das formular hinterlegt als auch die präsentation des offenen feedbacks so dass sie einsehen können welche kommentare ich wie bewerte und darauf entsprechend reagieren die kontaktdaten also das heißt die kontaktdaten aller mitarbeiter innen unsere professur finden sie auf der angegebenen website unter dem sprechenden link im wesentlichen können sie sich navigieren über gls-dresden punkt de ja für den fall dass wir in präsenz zurückkehren können darf ich sie bitten schon jetzt darüber nachzudenken ob sie das angebot wahrnehmen möchten und in diesem formular das ich hier für sie hinterlegt habe wunschtermine anzugeben zu denen sie sich vorstellen können in an der vorlesung in präsenz teilzunehmen sind alles termine nach pfingsten und alles unter vorbehalt aber wenn wir das jetzt schon planen und langsam angehen ist vielleicht nicht das schlechteste vielleicht ganz kurz noch einmal zur rekapitulation sie haben das video zur zu den thematischen veranstaltungen im sommersemester für mir möglicherweise schon gesehen wenn nicht darf ich sie bitten das nachzuholen dort lege ich ganz kurz da wie ich mir die didaktische ausrichtung der veranstaltung im sommersemester vorstelle zur rekapitulation noch einmal ganz kurz wir sind hier in der thematischen vorlesung es wird üblicherweise so sein dass ich einen thematischen input vor produziere den wir dann in der zeit der vorlesung also freitag in der dritten doppelstunde uns zunächst gemeinsam anschauen als sogenannte youtube premiere auf die ich mich schon wieder sehr freue einen audio input asynchron wird es vermutlich in dieser vorlesung nicht geben als es zumindest jetzt im moment noch nicht vorgesehen daneben wird die matrix gruppe als eine möglichkeit des synchronen und asynchronen chats die ganze zeit geöffnet sein für sie und in einem zweiten teil jeder vorlesung möchte ich mit ihnen gerne ins gespräch kommen und zwar in einer videokonferenz also nach dem asynchronen input den sie thematisch immer nachholen können möchte ich mit ihnen gerne persönlich in kontakt treten und die beschriebenen beispiele sehr sehr gern diskutieren denn jede vorlesungseinheit wird so aufgebaut sein dass sich an einen thematischen input eine interaktionsphase anschließt beides jeweils ungefähr 40 minuten in diesem semester würde ich als videokonferenz umgebung gerne zoom benutzen daneben wird es jede vorlesungseinheit möglichkeit zum feedback geben und ich nutze ganz gern einen fest vorgelegten zeit oder festgelegten zeitslot um sie mit aktuellen informationen aus der universität und fakultät zu versorgen das hat sich in den letzten beiden semestern als sehr günstig erwiesen da sie dann immer das gefühl haben ungefähr wo stehen wir wo entwickelt sich im moment die lage hin wie sehen andere entscheidungsträger innen die entwicklung der universität vor allem im hinblick auf das infektionsgeschehen so dass sie dann am wochenausklang immer mit den je aktuellen informationen der woche ins wochenende gehen können doch kommen wir jetzt zu dem thema sprache und raum sprache und raum die meisten werden wahrscheinlich an so etwas denken wie dialektologie also wir schauen uns ein semester lang die rolle funktion das werden und die entwicklung zum beispiel des obersächsischen an das wird nur ein sehr kleiner teil in dieser vorlesung sein denn ich würde mir gern die beiden kategorien sprache auf der einen raum auf der anderen seite hinsichtlich verschiedener facetten mit ihnen anschauen und beginnen möchte ich mit dem was vielleicht das naheliegendste ist aber vielleicht auch nicht zwingend als allererstes beim thema sprache und raum in den blick kommt nämlich mit ihnen als sprecher innen die sich im raum verorten immer wenn sie reden immer wenn sie sprechen immer wenn sie zeigen auf etwas egal ob mit zeige geste oder mit einer sprachlichen handlung verorten sie sich als sprecherin in raum und zeit und diese orientierungspunkte die sie als sprecherinnen anbieten helfen wiederum anderen zu verstehen wo sie sich selbst positionieren wie sie zueinander stehen und das ist die erste entscheidende dimension für den zusammenhang von sprache und raum wenig verwunderlich dürften jetzt möglicherweise die konzepte und begriffe des origo modells und des organen modells von bühler sein die in diesem zusammenhang eine große rolle spielen werden und wir werden dann noch ein stück weiter schauen in richtung der kognitiven linguistik im hinblick auf die frage welche grammatischen phänomene lassen sich denn mit dieser selbstverortung von sprecherinnen verbinden und wie bilden sich daran bestimmte grammatische kategorien aus jetzt mal aus der satzfunktionalen perspektive wie zum beispiel sind adverbien gestaltet und wozu setzen wir sie ein wozu brauchen wir sie und welche formen können sie im deutschen annehmen und so weiter und so fort so dass wir da einen ganz klaren bezug haben zu sprachlichen phänomenen auf dieser ebene die nächste kategorie die damit eng verbunden ist ist die kategorie der metapher das ist ein sehr stark kognitionslinguistisch ausgerichteter blog in dem es darum geht wie wir mit räumlichen bezügen und räumlichen konzeptionen andere zielbereiche wie zum beispiel der zeit oder einer diskursiven figur so etwas ist wenn etwas fünf vor zwölf ist dann ist damit meistens nicht die konkrete uhrzeit gemeint sondern es wird so etwas ausgedrückt wie dass es allerhöchste zeit ist dass eine bestimmte entität handelt also soll jemand zum handeln aufgefordert werden und mit der besonderen dringlichkeit aufgefordert werden in dem sinne dass es tatsächlich die zeit um zu handeln schon fast vorbei ist auf der sprachlichen oberfläche wenn wir sagen es etwas ist fünf vor zwölf dann meinen wir genau den zeiger der auf einem analog vorgestellten ziffernblatt vor der zwölf steht und dieser räumliche bezug wird dann zur metaphorisch auf einen anderen übertragen nämlich auf den der zeit und dann noch mal in einer komplexmetapher in einer feststehenden wendung auf eine bestimmte argumentationsfigur die sie häufiger in zum beispiel im öffentlichen sprachgebrauch und öffentlichen diskursen hören dürfen das wird also der zweite große teil sein der große teil in der vorlesung sprach und raum dass wir uns nach der frage wie sich stimmkörper im raum positionieren übersprache hinkommen zu dem thema metaphor und raum also das heißt wie werden räumliche konzeptionen metaphorisch verwendet und genutzt durch sprecherinnen und das ganze diese beiden themen komplexe würde ich sehr gerne zusammenführen in einem themenbereich der sogenannten embodied syntax das heißt wenn wir tatsächlich anfangen auf also täglich auf bestimmte dinge hinzuweisen und dazu sowohl zeige gesten verwenden als auch bestimmte sprachliche strukturen die wir in der kognitiven grammatik oder linguistik in diesem bereich beschreiben jetzt erwartbar ein dritter großer bereich nämlich der sogenannten variationslinguistik oder variatetenlinguistik im kontext von sprach und raum das heißt der frage wie sprechen wir überhaupt über phänomene die sich ansprecherinnen anheften lassen und zwar in ihrer verhaftetheit als sprech und sprachgemeinschaft in einem bestimmten areal hier berührt sind nicht nur fragen der dialektologie also der klassischen dialektologie das wird ein bisschen sprachhistorisch ausgerichtet sein sondern auch fragen des sprach kontakts der sprachminderheiten forschung und vor allen dingen auch der sogenannten sprach insel forschung das heißt dass wir uns genau bereiche anschauen in denen sprachliche strukturen sedimentieren da der bestehende und also da der laufende austausch mit anderen sprachgemeinschaften entweder nicht mehr gegeben ist oder der die zahl der sprecherinnen so klein dass sich mit einer bestimmten haltung zu kulturellen veränderungen auch sprachliche strukturen sehr viel langsamer verändern als das in einer gemeinschaft möglich wäre mit sehr viel mehr sprecherin das wird das thema sprach und raum abbilden im kontext der variationslinguistik und jetzt das letzte große thema wird sein die sogenannte wahrnehmungslinguistik das heißt welche attribuierungen legenden sogenannte laien also nicht linguistinnen übersprache auf ihre sprecherinnen an die dann zu sehr stabilen heterostereotypen werden als zu vorurteilen die wir auf sprecherinnen einer bestimmten varietät übertragen beispiel haft ist hier zu nennen zum beispiel sehen sie im bild die innerdeutsche grenze für 40 jahre was nicht nur also wenn jetzt von der zonen grenze gesprochen wird ist immer die sowjetische besatzungszone gemeint aus dem blick der bundesrepublik also des westens und daraus leiten sich nicht nur etwaige bezeichnungen für diejenigen die jenseits der grenze wohnen ab so etwas wie zoni ja also das heißt ein mitbewohner der zone oder wessi und aussie und so weiter und so fort sondern knallharte stereotype in bezug auf bestimmte dialekte und bestimmte man kann gar nicht sagen dialekte denn das ostmitteldeutsche ist streng genommen kein dialekt sondern seine mischvarietät eine ausgleichsvarietät also das heißt auf bestimmte sprechweisen in bestimmten regionen damit auf ihre sprecherinnen und damit auf bewertungen von kompletten sprach kollektiven und sprachgemeinschaften ich muss ihnen nicht sagen dass das obersächsische nicht den besten ruf hat aber auch nicht den schlechtesten je nachdem welche aspekte man befragt und genau um diese aspekte der wahrnehmungslinguistik wird es uns im letzten teil der vorlesung geben mit diesem ganz kurzen überblick über die und je unterschiedlichen thematischen aspekte dieser vorlesung sprache und raum möchte ich ganz gerne dieses einleitungsvideo beenden würde ihnen jetzt in der vorlesung sehr sehr gern noch im detail unsere tools und arbeitsoberflächen vorstellen einen blick mit ihnen werfen gemeinsam auf den vorlesungsplan in dem sie sich orientieren können und würde mich freuen über ihre assoziation zum thema sprache und raum das heißt möglicherweise gibt es themen die ich jetzt hier noch nicht expliziert habe die sie aber sehr stark interessieren es werden noch andere viele sehr viele andere themen denkbar aber ich würde mir ganz gern die möglichkeit offen halten mit ihnen darüber zu sprechen und ins gespräch zu kommen und das nicht vorweg zu nehmen und das möchte ich mit ihnen jetzt anschließend in der videokonferenz zur vorlesung machen die links sind in der matrix gruppe geteilt freue mich auf sehr auf das semester auch wenn es wieder unter besonderen vorzeichen startet und breche jetzt an dieser stelle hier ab und bin ganz herzlich für die die nicht zur vorlesung kommen das wieder trotzdem sehen ihr alexander lasch und alle anderen sehe ich gleich in der matrix gruppe also bis gleich wir sind jetzt gleich ein menschen wir uns wir sind die wir weg die wir sind das wir sind Vielen Dank.